Schönen guten Abend, herzlich willkommen zur AVE-Mittwochspraxis. Mein Name ist Nina Bürklin, ich bin Geschäftsführerin des AVE-Instituts und ich freue mich riesig, dass wir heute Marika Muster als unsere Expertin, Referentin gewinnen konnten zum Thema Ethik und Engagement für mich und andere. Ich bin ganz neugierig, Marika, auch wie du deine vielseitigen Erfahrungen, die ja ganz unterschiedliche Themen umfassen, aber auch viel Richtung Nachhaltigkeit, Umweltthemen, redaktionelle Arbeit und genauso aber auch deine praktischen Erfahrungen nicht nur als Achtsamkeitstrainerin, auch als Lehrerin mit einbringen und freue mich einfach riesig, da heute von dir inspiriert zu werden, von dir lernen zu dürfen, von dir angeleitet zu werden. Und darf an der Stelle auch gleich an dich übergeben. Sofern du magst, stell dich gerne nochmal kurz vor. The stage is yours. Danke, dass du da bist, Marika. Ja, danke Nina und herzlich willkommen an alle. Ich freue mich hier zu sein. Und ja, zu mir vielleicht nur ganz kurz. Ich habe Germanistik, Psychologie und Deutschlands Fremdsprache ursprünglich studiert, habe viel Erwachsenenbildung gemacht, habe als Journalistin, Moderatorin gearbeitet und dann bin ich vor über 15 Jahren zum Thema Achtsamkeit gekommen und später war ich dann noch sieben Jahre als Lehrerin in verschiedenen Schulen und habe dann gedacht, oh, da muss Achtsamkeit rein und habe angefangen, alles, was ich ja an praktischen Erfahrungen, Kenntnissen habe, umzubauen für Kinder und Jugendliche. Und daraus entstanden ist das Schulfach Achtsamkeit. Da biete ich Kurse und Fortbildungen für Lehrer an, um genau diese Themen eben in Schulen reinzubringen. Ja, und heute Abend freue ich mich total, dass ich eins meiner Lieblingsthemen Ethik und Engagement hier vorstellen kann. Denn mir ist aufgefallen, dass das Wort Ethik doch oft so ein bisschen komisch besetzt ist, weil viele denken, ah, Ethik, das muss unbedingt mit Religion zu tun haben, hat es zum Teil natürlich auch, muss es aber gar nicht. Denn das, womit wir uns heute beschäftigen wollen, da geht es um eine ganz persönliche Ethik. Also wie möchte ich sein, wie möchte ich mich verhalten? Das ist das Thema heute. Und ja, Ethik ist für mich einfach eine innere Haltung, die gefestigt wird mit der Zeit. Ja, dafür muss ich natürlich erst mal wissen, wo möchte ich überhaupt hin, wie möchte ich sein? Und dann kann man daran arbeiten mit ganz vielen verschiedenen Methoden und sich immer weiterentwickeln. Und irgendwann hat man dann eine innere Haltung, aus der heraus man dann eben Dinge tut, ohne da noch drüber nachzudenken. Das wird dann komplett automatisiert. Das ist das Schöne daran. Ja, und natürlich geht es bei dieser inneren Haltung darum, zum Guten zu streben. Und ich bin mir sicher, dass jeder von euch irgendwie eine Vorstellung davon hat, was denn gut ist. Also mal unabhängig davon, was für einen Hintergrund ihr habt, ob ihr religiös seid oder nicht oder wo ihr aufgewachsen seid, bin ich mir sicher, dass jeder von euch eine Idee davon hat, was gut wäre. Also für euch ganz persönlich, also nicht allgemein, sondern was wäre für dich gut, wo möchtest du hin? Und deswegen würde ich jeden mal bitten, mal ein oder zwei Wörter in den Chat zu schreiben. Was ist für dich eine gute Eigenschaft, die du gerne hättest? Ich muss mir erst mal überlegen. Wahrscheinlich gibt es ganz viele Sachen. So, hier gibt es zum Beispiel Ehrlichkeit. Geduld ohne Ende, das finde ich schön. Wohlwollen, Gelassenheit, Sorglosigkeit, Präsenz, Toleranz, Mitfühlend, also Mitgefühl. Gute Gedanken, auch bei Ärger. Ja, sehr schön. Okay, gut. Dann haben wir schon mal einige Sachen, was ihr euch darunter vorstellt. Und mir ist noch wichtig, wenn wir jetzt mit diesem Begriff Ethik arbeiten oder wir können eben auch den Begriff Engagement nehmen, dass es nicht nur darum geht, was man für andere tun kann. Ja, denn meistens denken wir bei diesen Begriffen, ah, ich engagiere mich, vielleicht irgendwo ehrenamtlich oder ich bemühe mich um eine Ethik, um bestimmte Themen in der Welt voranzubringen. Und das sind natürlich auch Ziele von diesen beiden Begriffen. Aber mir ist ganz wichtig, dass man auch für sich selbst Ethik und Engagement aufbringt. Und da nehme ich mal eines der bekanntesten Zitate überhaupt in der Welt von Jesus. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da muss man ja erst mal bei sich selbst anfangen. Ja, das heißt, für mich ist ganz wichtig, wenn ich jetzt eine Ethik entwickle, dass ich die erst mal auf mich beziehe. Was kann ich für mich tun? Und das hat überhaupt nichts mit Egoismus zu tun. Das wird ja auch manchmal so ein bisschen dann abgetan. Wenn ich jetzt so viel für mich mache, dann bin ich irgendwie egoistisch. Aber das ist es überhaupt nicht. Denn ich muss erst mal gucken, dass ich wohlwollend mit mir selbst bin, ja, Selbstmitgefühl, Selbstliebe für mich selbst aufbringen kann. Und dann kann ich das auch anderen geben. Und dann kann ich mich auch engagieren in der Welt. Und ihr alle wisst wahrscheinlich, was passiert, wenn man das andersrum macht. Wenn man sich engagiert und engagiert und engagiert, dann brennt man aus und ist irgendwann krank und kann gar nichts mehr machen. Weder für sich noch für andere. Und das ist sehr schade. Gerade wenn Menschen eigentlich total motiviert sind, was Gutes in der Welt zu tun, dass sie das dann gar nicht tun können, weil sie sich selbst dabei vergessen haben. Ja, deswegen ist mir wichtig, immer bei sich selbst anzufangen. Okay. Genau, dafür würde ich gerne erst mal eine kleine Praxis anleiten. Es ist gut, wenn du dir eine gute Sitzhaltung suchst. Also möglichst aufrecht und trotzdem bequem. Schön ist auch immer, wenn man mit den Füßen Kontakt zum Boden hat. Und auch noch mal bewusst locker lassen, die Schultern und je nachdem, wenn ihr heute vielleicht schon Stress hattet, einfach mal einmal so alles locker lassen, um in die richtige Haltung reinzukommen. Wenn du magst, kannst du die Augen schließen. Jetzt möchte ich dich bitten, mal erst mal in deinen Körper hinein zu spüren, wie du jetzt gerade dort sitzt. Nimm auch einmal deinen Atem wahr. Entweder am Bauch oder am Brustkorb oder wie die Luft an der Nase oder Mund ein- und ausströmt. Und jetzt stell dir vor, dass ein Kind zu dir kommt, vielleicht ein kleines Kind, das irgendwie Kummer und Sorgen hat, vielleicht das Knie aufgeschlagen oder was verloren oder irgendetwas in der Art. Und jetzt schau mal, welches Gefühl in dir entsteht, wenn dir dieses Kind begegnet. Wahrscheinlich möchtest du dem Kind helfen und zeigst ganz viel Mitgefühl und bist wohlwollend und liebevoll zu dem Kind. Vielleicht nimmst du das Kind auch in den Arm oder sprichst beruhigend mit dem Kind. Schau mal, was passiert vor deinem inneren Auge. Was tust du in dieser Situation und wie fühlt sich das für dich an? Und jetzt speichere mal dieses Gefühl ab und wende das auf dich selbst an. Stell dir vor, du bist jetzt dieses Kind, auch wenn du ein Erwachsener bist, aber du bist in irgendeiner Art auch dieses Kind, dem du diese liebevolle Zuneigung gibst. Vielleicht hast auch du Kummer und Sorgen ganz anderer Art, aber auch du brauchst liebevolle Zuwendung und zwar von dir selbst. Es kann sein, dass du jetzt einen Widerstand spürst. Manchmal ist es gar nicht so einfach, sich selbst diese Liebe zu geben, die man einem Kind ganz einfach geben kann. Aber versuch mal, es zuzulassen. Du bist jetzt mal nur für dich selbst da. Vielleicht fühlt sich das auch sehr schön an oder vielleicht auch ungewohnt. Spür einfach mal in dich hinein. Und schau mal, was du dir selbst geben kannst, damit es dir gut geht. Was brauchst du in diesem Moment gerade? Vielleicht brauchst du Aufmerksamkeit oder Wohlwollen oder ein bisschen Ruhe. Gib dir in Gedanken das, was du brauchst. Und wenn du magst, kannst du dir auch selbst ein Lächeln schenken. Dadurch bekommt dein Gehirn das Signal, dass es dir gut geht. Und sicherlich möchtest du, dass es dir gut geht. Das ist ein ganz einfacher Trick dafür. Okay. Und wenn sich das jetzt schön anfühlt, dann versuch, dieses Gefühl mit in den Raum zurückzunehmen. Dann öffne langsam die Augen und komm wieder zurück. Ja, ich würde natürlich gerne wissen, vielleicht möchte der ein oder andere teilen, wie das war, wie sich das angefühlt hat. Ob das einfach war oder vielleicht ein Widerstand auch da war. Ob euch sofort ein Gefühl gekommen ist, als ihr das mit dem Kind gemacht habt und mit euch. Der Mark kann einfach sich freischalten und was sagen. Also, als du von dem Kind gesprochen hast, habe ich gedacht, nee, jetzt schon wieder ein Zünder. Das war eine heutige Woche. Und als dann ich mir geht, dann war es ein Zünder. Also der direkte Zünder. Okay, das ist auch spannend. Weil meistens ist es andersrum, aber wenn man den ganzen Tag schon Kinder um sich rumspringen hat, dann möchte man vielleicht abends auch einfach mal nur für sich da sein. Direkt so. Ja, schön. Das ist gut. Also ich kann das so ein bisschen, also insofern unterstützen oder bestätigen, das heilt so nach irgendwie, dass ich auch dachte, wenn ich dem Kind wohlgesonnen bin, dann ja, dann empfinde ich Mitgefühl und möchte das Kind trösten. Und dann, das hat mir dann auch gut getan. Aber ich habe genauso wie sie, also wie die Kollegin wahrscheinlich auch, gibt es auch eine Hälfte in mir, die auch sofort sagte, oh nee, nicht schon wieder. Ja, man kann auch manchmal genervt sein, wenn es zu viel ist oder wenn es Kleinigkeiten sind, die dann immer wieder kommen. Und das war aber spannend, denn als es dann um das Mitgefühl mit mir selbst ging, habe ich gemerkt, ja, so gehe ich aber manchmal mit mir selbst dann auch um. So genervt. Also das fand ich jetzt ganz spannend. Also diesen, ich konnte genau diese beiden Seiten wahrnehmen und einfach wahrnehmen, wie gut das echte Mitgefühl dann tut. Das war jetzt ganz spannend und ich denke, vielleicht sollte ich auch, wenn ich mal genervt bin, dem Kind ein bisschen mehr. Also wir sind ja jetzt nicht ständig genervt, aber es ist doch schon manchmal, wenn dann, manchmal kommen Kinder immer mit denselben Belangen und immer wieder mit denselben Jammereien, Jammereien, dann kann man es auch irgendwann nicht mehr hören. Aber ja, mit mir selber bin ich eigentlich dann genauso hart. Und das echte Mitgefühl hat schon gut getan. Das konnte ich mir aber auch vorstellen. Schön, spannende Erkenntnis. Dankeschön. Okay, möchte noch jemand was teilen? Ah ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es perfekt passt, aber ich hatte sofort ein Bild von meiner Tochter, als sie klein war und da hatte sie oft ein aufgeschlagenes Knie, das war für mich so das Bild. Ich komme in den Kindergarten, hole sie ab und sie ist irgendwie verletzt und ich fühle mich irgendwie schuldig, weil ich nicht da war, wo sowas passiert ist und sie schützen konnte sozusagen. Ja, und die Situation sich dann umgekehrt vorstellen, da hatte ich sofort meine Mutter, die immer ein bisschen abweisend war, also vor mir und wo ich mir auch gedacht habe, da hätte ich mir eigentlich jemanden gewünscht, der mich auch irgendwie schützt in so einer Situation oder umarmt. Also ich bin eher da in diesem Mitgefühl ganz aufgegangen, muss ich sagen, für mich als auch für den anderen. Das heißt, du kannst es dir selber geben, dieses Mitgefühl. Ja. Schön. Gut. Gut, dann machen wir mal weiter. Und zwar möchte ich euch eine Methode vorstellen, die mit den Gedanken arbeitet, in verschiedenen Schritten. Und zwar hat das den Hintergrund, dass, wenn wir etwas sehr häufig denken, wir es dann auch meistens auch aussprechen irgendwann. Und wenn wir etwas sehr oft aussprechen, tun wir das dann auch. Also das ist so eine Kette, die über lange Zeiträume sich aufbaut. Ihr könnt das mal beobachten. Vielleicht fällt euch das auf. Also das kann sich manchmal auch über viele Jahre aufbauen, aber da gibt es einen Zusammenhang. Ja, und der Anfang ist eben immer bei den Gedanken und deswegen ist es so wichtig, da anzufangen. Und diese drei Schritte möchte ich einmal kurz erklären. Wahrscheinlich kennt ihr die einzelnen Schritte auch in irgendeiner Form schon, vielleicht noch nicht so zusammen. Und zwar besteht der erste Schritt darin, die Gedanken überhaupt erst mal zu beobachten und wahrzunehmen. Das kennt ihr wahrscheinlich aus anderen Meditationen, Achtsamkeitspraxis. Der zweite Schritt ist, die Gedanken zumindest teilweise zu stoppen. Ja, ganz gelingt es meistens nicht, aber erst mal zur Ruhe zu bringen etwas. Und der dritte Teil ist eigentlich der, der dann in Richtung Ethik dann auch tatsächlich geht. Nämlich etwas Neues zu produzieren in den Gedanken, was ich denn gerne denken möchte. Ja, das ist etwas, was vielleicht noch nicht ganz so verbreitet ist. Meistens hat man nur den ersten Teil oder vielleicht noch den zweiten. Aber dass man das auch mit etwas füllen kann, darüber denken die wenigsten nach. Und auch dafür gibt es Methoden. Und ich würde das gerne jetzt mit euch als Praxis machen. Ihr müsst euch allerdings vorstellen, dass diese drei Bausteine, dass man die natürlich immer wieder macht und über viele Jahre. Ja, also ich mache das jetzt in so einer ganz kurzen Form für heute Abend. Einfach mal alle drei Schritte hintereinander, um das mal zu spüren, was das ungefähr bedeutet. Auch nochmal in zwei Varianten. Aber natürlich geht das nicht von heute auf morgen, sondern das muss man immer und immer wieder machen. Und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass man dafür, also es ist schön, wenn man sich Zeit nimmt und auch richtig jeden Tag eine Zeit hat, wo man meditiert und Achtsamkeitspraxis macht. Noch viel wichtiger finde ich persönlich aber und auch passender zum Alltag von den meisten Menschen, dass man den ganzen Tag über immer wieder Dinge einbaut. Ja, das werdet ihr auch gleich merken, wenn wir die Übungen gemacht haben. Da sind Elemente dabei, die kann man immer wieder, wenn ihr am Tag dran denkt, das einfach machen. Ja, so wird der ganze Tag zur Praxis. Und das ist für die meisten Menschen viel einfacher, als irgendeine Zeit morgens oder abends zu finden, wo man sagt, ja, da brauche ich jetzt 20 Minuten oder eine halbe Stunde. Man hat vielleicht Familie, Kinder und kann das gar nicht so einrichten. Und dann kann man das aber jederzeit einbauen, eigentlich bei allem. Egal, ob beim Abwaschen oder Busfahren oder was auch immer. Eigentlich kann man das überall machen. Okay, aber damit ihr jetzt erstmal ein Gefühl dafür bekommt, wovon ich überhaupt spreche, gehen wir erst nochmal wieder in die Praxis. Sucht euch dafür wieder einen guten Sitz. Möglichst aufrecht. Könnt auch mal probieren. Es, weiß nicht, ob das für euch jetzt ungewohnt ist, aber wenn ihr die Zungenspitze oben an die Innenseite vom Mund oben anlegt, dann ist das besser für die Konzentration. Nur wenn euch das nicht ablenkt. Und insgesamt ist mir auch wichtig, wenn ich irgendwas anleite, was ihr nicht machen möchtet, dann macht es bitte nicht, sondern dann wandelt die Übung so ab, wie es für euch passt. Das ist für mich immer ganz wichtig, dass ihr nicht unbedingt das macht, was ich sage, sondern es muss sich gut für dich anfühlen. Ja, also auch da bitte immer wohlwollend und auf euch achtend da rangehen. Okay, wenn du magst, kannst du die Augen schließen. Nimm jetzt erstmal nochmal deinen Körper wahr. Vielleicht gibt es irgendeine Stelle im Körper, die jetzt gerade deine Aufmerksamkeit möchte. Dann schenk dieser Stelle deine Aufmerksamkeit und dein Wohlwollen. Dann nimm nochmal deinen Atem wahr, wie der Atem einströmt und wieder herausfließt. Wie fühlt sich dein Atem gerade an? Ist der lang oder kurz, vielleicht etwas stockend? Ist die Luft, die du einatmest, warm oder kalt? Versuch mal alles wahrzunehmen, was du wahrnehmen kannst. Und versuch auch deine Gefühle wahrzunehmen. Wie fühlst du dich gerade? Und jetzt schau, ob Gedanken auftauchen. Das Normale ist, dass den ganzen Tag über Gedanken kommen und gehen. Manche bekommen wir mit, manche nicht. Die Gedanken laufen den ganzen Tag in deinem Kopf vorbei. Schau mal, ob jetzt Gedanken kommen möchten. Schau mal, ob das Gedanken sind, die die Vergangenheit betreffen oder die Zukunft. Oder ob das etwas aus dem Jetzt ist, vielleicht etwas aus deinem Körper. Nimm einfach wahr, wie es ist, ohne es weiter zu bewerten. Wenn keine Gedanken kommen, dann erfreu dich an der Stille, die in dir auftaucht. Und wenn Gedanken kommen, dann nimm sie wahr und lass sie wieder ziehen. Sicherlich kennst du auch schon Techniken, wie du die Gedanken ziehen lassen kannst. Du kannst dir dabei zum Beispiel vorstellen, dass die Gedanken wie Wolken weiterziehen. Oder wie eine Welle kommen oder wie eine Welle kommen und gehen. Oder für manche ist es auch gut, sich einen Zug vorzustellen. Und da steigen die Gedanken ein und der Zug fährt weg. Aber vielleicht brauchst du auch gar kein Bild, sondern kannst einfach nur wahrnehmen, dass der Gedanke kommt, ohne darauf einzugehen und ihn einfach wieder loslassen. Wenn jetzt wieder Gedanken kommen, dann sagt dir innerlich Gedanke und lass den Gedanken weiterziehen. Nichts weiter, einfach nur Aha, Gedanke. Alternativ kannst du auch versuchen, mit dem Wort Stopp zu arbeiten. Das heißt, ein Gedanke kommt, du sagst Stopp und der Gedanke kann gehen. Probier auch das aus. Schau mal, was für dich besser passt. Das waren jetzt die Schritte eins und zwei. Und jetzt wollen wir mal die Gedanken ganz bewusst mit etwas füllen. Und jetzt für heute Abend möchte ich dich bitten, das Wort zu nehmen, das du für ihn in den Chat geschrieben hast. Oder den Halbsatz. Oder vielleicht fällt dir auch etwas anderes ein. Eine gute Eigenschaft, die du gerne hättest. Du kannst auch einen ganzen Satz nehmen. Und dann, wie möchte ich sein, wie möchte ich sein, und da einen Satz formulieren. Und immer wenn ein Gedanke auftaucht, dann wiederholst du dein Wort oder deinen Satz, statt auf den Gedanken einzugehen. Probier das mal aus. Und dann, wie möchte ich das mal aus. Alternativ kannst du auch noch etwas anderes ausprobieren. Und zwar kannst du dein Wort oder deinen Satz nehmen und wie ein Mantra wiederholen. Das heißt, du wartest gar nicht erst, dass ein Gedanke auftaucht, sondern wiederholst in deinem eigenen Rhythmus, so wie sich das gut anfühlt, immer wieder dein Wort oder deinen Satz. Probier auch das mal aus. Jetzt nimm noch mal deinen Atem wahr. Vielleicht hat sich dein Atem verändert. Schau auch noch mal auf deine Gefühle und auf deinen Körper. Vielleicht fühlt es sich etwas anders an als vorher. Dann nimm es einfach wahr. Und dann komm langsam in den Raum zurück. Öffne in deinem Tempo die Augen. Wenn du magst, kannst du dich jetzt noch ein bisschen strecken, regeln oder was trinken oder was auch immer du gerade brauchst. Oft ist es ganz schön, wenn man nach so einer Meditation sich kurz ein bisschen bewegt oder die Arme ausstreicht oder ein bisschen schüttelt oder sowas. Okay, und jetzt bin ich natürlich neugierig, was ihr erlebt habt. Ich denke, Teile davon kennt ihr wahrscheinlich alle schon. Vielleicht gab es aber auch Sachen, die neu waren. Wer mag mal teilen, was da in euch passiert ist, ob das gut funktioniert hat oder wenn ja, was gut funktioniert hat, was das vielleicht in euch ausgelöst hat. Wer mag was erzählen? Alle ganz entspannt jetzt, ne? Es ist mal schön, wenn man das abends macht, wenn wir alle ganz... Ach, wir müssen gleich schlafen gehen. Okay, ihr müsst auch nichts teilen, aber ich hoffe, dass ihr für euch vielleicht was... Ah, Sarah möchte was sagen. Ja, für mich war das neu mit dem Gedanken umlenken. Und ich habe das so wahrgenommen wie so eine freundliche Kurskorrektur, die mich ja mit dem verbindet, was für mich ein Wert ist oder vielleicht auch eine Sehnsucht. Und das hatte nichts Kritisches, sondern war einfach entlastend. Ja, im Endeffekt hat das auch was von Wohlwollen und Selbstliebe, wenn man sich auch Gedanken schenkt, die zu dem passen, was man eigentlich auch möchte. Genau. Und das machen wir im Alltag eigentlich viel zu selten, dass wir das steuern, was wir da denken. Aber die Möglichkeit gibt es. Wir können zu einem Teil zumindest steuern, was wir im Kopf haben möchten. Okay, sehr schön. Ja, es gibt noch eine andere Möglichkeit, das auch zu machen. Und zwar, also ich meine, ihr könnt natürlich mit verschiedenen Wörtern oder Sätzen auch arbeiten, was sich für dich halt gut anfühlt. Und du kannst dir als Wort aber auch einen Menschen vielleicht auch sogar lieber einen irgendwie einen heiligen Menschen nehmen. Also vielleicht Jesus oder Buddha oder wer auch immer da irgendwie, wo ein Zugang da ist. Also das kann bei jedem Menschen einfach was ganz anderes sein. Und dann dieses Wort wiederholen. Und das löst dann auch in einem aus, dass man auch diese Qualitäten von diesen Menschen ein Stück weit aufnimmt. Ja, also das ist so wie ein Vorbild, das man hat. Jemand, der sich so verhält oder verhalten hat, wie man sich das selbst gerne wünscht. Und indem man dieses Wort wiederholt, bringt man diese ganzen Qualitäten in sich rein. Ja, also das könnt ihr vielleicht auch mal zu Hause ausprobieren. Wenn ihr nicht ganz sicher seid, wen ihr nehmen wollt, vielleicht einfach mal eine Liste schreiben, wer das sein könnte. Wenn man jetzt niemanden hat, der so ganz heilig ist, kann man auch einfach jemanden nehmen, den man faszinierend findet auf eine gewisse Art und Weise. Oder verschiedene Menschen. Also der eine Mensch kann vielleicht für die eine Qualität stehen, der andere Mensch für eine andere Qualität. Und mit diesen verschiedenen Menschen auch arbeiten. Ja, Barbara. Dazu hätte ich eben genau die Frage. Also, dass es eine gewisse Form der Ausrichtung gibt, das ist mir schon vertraut. Also ich habe auch sehr viel Erfahrung oder sagen wir mal gute Erfahrungen mit einer echten Dankbarkeitsausrichtung gemacht. Also habe das als sehr kraftvoll empfunden. Also wenn die echt ist. Nicht, wenn man die spielt oder sich einredet, sondern wenn man wirklich es schafft, für irgendwas Dankbarkeit zu empfinden, dann wird das oft unglaublich verstärkt. Und ich habe eine Frage jetzt genau zu der Technik, die du jetzt uns quasi vorgestellt hast. Ist es sinnvoll, erst bei einem Begriff zu bleiben? Du hast jetzt gerade schon von mehreren Personen gesprochen. Die eine stellt vielleicht das dar, die andere das. Aber ich frage mich gerade, ob es vielleicht, ich meine, vielleicht nimmt man auch den Begriff, der einem da gerade dann kommt, als positiver oder transformierender Begriff. Ich habe mich aber trotzdem gefragt, ob es vielleicht auch Sinn macht, erst mal bei einem Begriff zu bleiben. Weil ich denke schon, dass so ein Verfahren auch Übung braucht, oder? Ja, also es ist eine sehr gute Frage. Ich finde, das hängt so ein bisschen davon ab, wen man da hat. Also wenn du jemanden hast, der... Ich meine jetzt gar nicht, auch unabhängig von den Personen. Also ich kann im Moment viel mehr mit den Begriffen anfangen. Das ist, glaube ich, individuell, ob man eher eine Person sich vorstellt oder eher einen Begriff. Also bei mir ist es im Moment ganz klar ein Begriff. Und ich habe ja den Begriff Präsenz eben gewählt und der hat auch eine Bedeutung in meinem Zusammenhang gerade. Aber als ich die Übung gerade machte, ist mir auch noch ganz wichtig der Begriff Vertrauen gekommen. Also der hat auch irgendwas gerade mit meiner Situation zu tun. Und ich habe mich einfach wirklich gefragt, ist es sinnvoll, erst mit einem Begriff zu starten, statt mit mehreren? Okay, jetzt habe ich... Also meine Erfahrung ist, es ist schon gut irgendwie, also den Fokus auf ein Wort zu richten. Aber im Verlauf des Tages kannst du einfach in Situationen kommen, wo du das Gefühl hast, du brauchst gerade was anderes. Und dann ist es auch nicht gut zu sagen, ach nee, ich hatte jetzt ja den anderen Begriff gewählt. Dann nimm wirklich das, was dann auftaucht. Ja, also man kann ja auch mehrere Qualitäten gleichzeitig fördern. Also man muss sich nicht festlegen. Aber es ist natürlich schön, wenn man sich das vornimmt, immer wenn ich daran denke, nehme ich erst mal das Wort, dein Beispiel war jetzt Präsenz. Und bei dem hauptsächlich zu bleiben. Aber das schließt nicht aus, dass eben auch was anderes auftauchen darf. Also das hat auch wieder mit Wohlwollen zu tun. Wenn man sich natürlich irgendwie eine lange Liste von 50 Wörtern schreibt und die alle gleichzeitig machen will, das funktioniert nicht. Das ist klar, das ist dann zu viel. Also ja, kann ich gut was mit anfangen mit deiner Antwort. Vielen Dank. Mir fiel auch gerade dann wieder ein, dass du eigentlich auch schon zwei Übungen vorher angeleitet hattest. Einmal die, dass ich in einem Moment, der da ist, Stopp sage und ersetze. Da ist mir ja dann eben auch der Begriff Vertrauen gekommen, weil ich an eine bestimmte Situation dachte, die sehr schwierig ist. Und ich habe ganz klar gemerkt, da soll ich keine Sorge haben. Also das Wort Sorge ist da einfach nicht gut, nicht hilfreich, sondern da kam das von innen. Vertrauen. Das war schön. Also ich denke, das war dann stimmig. Und du hast aber auch angeleitet, vorher oder etwas danach, weiß ich nicht, dass man einen Begriff speziell einsetzen kann, den man übt. Also gar nicht in der Situation, sondern den man übt. Und vielleicht ist das genau der Unterschied, dass ich mir für meine Übungszeiten vielleicht einen vornehme, erst mal bei einem bleibe, aber in Situationen, wenn dann etwas kommt, wo ich ersetzen möchte, dann den wähle, dann darauf vertraue, dass dann schon auch ein guter kommt. So wie jetzt gerade Vertrauen kam. Weil das ist, oh, das hat gut getan. Also in meiner Sorge, die ich gerade habe, hat das gut getan, dass in dem Moment gerade der Begriff Vertrauen kam. Ja, finde ich total schön, dass du gerade gesagt hast, dir selbst vertrauen. Und genau das ist es. Also wer außer dir kann wissen, was du gerade brauchst? Auch für den Moment, ja. Und das, was in dem Moment auftaucht. Also manchmal ist man irritiert, wenn irgendwas auftaucht, weil man nicht weiß, warum eigentlich. Also warum brauche ich jetzt dieses Wort? Aber du kannst sicher sein, das ist dann richtig für den Moment. Genau. Vielen Dank. Ja, gerne. Ja, und wenn ihr, wie gesagt, mit Persönlichkeiten arbeitet, dann ist eben auch die Frage, habt ihr jemanden, der wirklich alle diese Qualitäten, also ich nutze mal das Wort Qualitäten, aber man kann auch sagen, alle diese Eigenschaften besitzt, die ihr gut findet? Dann reicht natürlich eine Person. Aber manchmal möchte man sich auch auf ein bestimmtes Thema konzentrieren. Also letztes Jahr hatte ich zum Beispiel für mich als Thema Humor, da habe ich mir jemanden gesucht, der viel Humor hat und dachte, ah, super, an dem Thema, das möchte ich jetzt einfach aufarbeiten. Und dann irgendwann merkt man, jetzt brauche ich aber eine andere Person. Also das muss auch gar nicht unbedingt die gleiche bleiben. Andererseits, wenn man dann wirklich jemanden gefunden hat, wo man das Gefühl hat, oh ja, also da sind wirklich alle diese Eigenschaften drin versammelt, die ich möchte, dann sollte man natürlich schon dabei bleiben, wenn man irgendwann so genau das Richtige gefunden hat. Aber da muss man erst mal ein bisschen ausprobieren. Genau, das haben wir gemacht. Ja, ist die Frage, wir haben jetzt noch ungefähr 20 Minuten. Es gäbe die Möglichkeit, sich jetzt auch nochmal in Breakout-Rooms auszutauschen. Und vielleicht die Erfahrung, vielleicht möchtet ihr die lieber in einer kleinen Runde nochmal austauschen. anstatt in der großen Runde. Oder vielleicht habt ihr auch Fragen. Wonach ist euch heute lieber? Ich mache mal so wie in der Schule mitmelden, wer möchte lieber Breakout-Rooms? Wer hat Fragen? Auch nicht. Okay. Sonst erzähle ich noch ein bisschen was. Ich kann sagen, Marika, mein Gefühl ist das, so nehme ich das zumindest wahr, wir dir sehr gerne lauschen. Ich fand das jetzt spannend, zum Beispiel auch mit dem Thema Rumor. Vielleicht kannst du, je nachdem, wie sich das für dich anfühlt, wie es passt, ein bisschen aus deiner eigenen Erfahrung oder aus der Erfahrung, die du auch von anderen kennst, noch berichten oder Beispiele geben. Das fand ich jetzt nämlich total spannend, nochmal zu hören. Beispiele für was jetzt genau? Entweder für Qualitäten oder auch, wie es vielleicht einzelnen Personen gegangen ist, das im Alltag umzusetzen. oder auch, wenn es noch andere Sachen gibt, wo du sagst, Mensch, Thema Ethik und Engagement für mich, da würde ich gerne noch einen Aspekt teilen oder nochmal näher darauf eingehen, auch total gerne. Ja. Ja, also zu dem Begriff vielleicht nochmal. Ihr könnt euch natürlich auch einen Begriff suchen, also der jetzt nicht direkt eine Eigenschaft ist, sondern für euch aber auch eine besondere Bedeutung hat. Also vielleicht sowas wie Licht oder Wärme oder wenn ihr einen Bezug dazu habt, könnt ihr natürlich auch so ein Wort wie Gott oder Göttlichkeit oder Transzendenz oder Quelle oder was auch immer. Ja, sowas könnt ihr natürlich auch benutzen. Das ist was sehr Persönliches, womit man da arbeiten möchte. Aber die Möglichkeiten sind ganz groß. Also schaut mal, was in euch eine Resonanz hat, was für Begriffe in euch auftauchen. Ich finde es manchmal auch gut, wirklich das einfach mal aufzuschreiben. Wie möchte ich gern sein? Wie wäre ich gerne? Wen bewundere ich? Für was bewundere ich diese Person? Und dann einfach mal ein bisschen spielerisch auszuprobieren, was funktioniert für mich gut? Ja, oder woran denke ich im Alltag dann plötzlich, wenn ich irgendwo im Stau stehe oder so? Was taucht dann auf von diesen Sachen, die ich aufgeschrieben habe? Also das finde ich auf jeden Fall immer sehr schön. Und wenn ihr jetzt schon, also manchmal dauert das auch ein bisschen, dass man so eine Person, ein Vorbild findet, mit dem man gern arbeiten möchte. Also insofern ihr das möchtet. Barbara hatte ja auch gerade schon gesagt, sie findet das mit den Begriffen zum Beispiel schöner. Aber wenn ihr Lust habt, mit einer Person, mit Vorbildern zu arbeiten, dann könnten wir da nämlich auch noch mal eine Meditation machen, wenn ihr Lust habt. Noch nicht zu müde seid, dann könnte ich noch mal was anleiten, was auch sehr effektiv ist. Ich sehe nicken. Okay, dann machen wir das doch einfach. Okay, dann sucht euch noch mal eine gute Position. Und dann starten wir. Ja. Nimm erst noch mal kurz wahr, wie sich dein Körper jetzt anfühlt, im Vergleich zu vorhin. Alles ändert sich in jedem Moment. Vielleicht nimmst du auch jetzt etwas anderes wahr. Schau auch, wie es gerade mit deinen Gefühlen aussieht. Und wie sich dein Atem jetzt anfühlt. Und jetzt nimm entweder eine Person oder mehrere Personen. Vielleicht suchst du dir für den Anfang erst mal eine aus. Ein Vorbild, ein Mensch, der für dich etwas ganz Besonderes ist, der bestimmte Eigenschaften hat, die du selbst auch gern hättest. Oder vielleicht noch stärker hättest, als du sie schon hast. Das kann ein Mensch sein, der noch lebt, aber auch jemand, der schon gestorben ist. Das spielt für die Übung keine Rolle. Und jetzt stell dir diese Person vor. Bildlich. Und stell dir vor, dass diese Person hinter dir steht. Wenn das unangenehm ist, dann vielleicht auch so seitlich hinter dir. Aber eigentlich geht es darum, dass diese Person dir den Rücken stärkt, hinter dir steht, wortwörtlich. und du diese Eigenschaften dieser Person annimmst. Das heißt, diese Person ist jetzt immer bei dir, egal was du machst. Und mit dieser Person hinter dir, bei dir, mit dir, möchte ich dich bitten, in Gedanken mal durch deine Schule zu gehen. Da kommt jetzt ein Kollege auf dich zu oder eine Kollegin. Schau mal, wer da auftaucht. Und ist schlecht gelaunt und kommt auf dich zu und ist hektisch. Wie reagierst du mit diesen Qualitäten, die dein Vorbild für dich mitbringt? Schau mal, wie du jetzt auf diese Situation reagierst. Du reagierst so wie dein Vorbild. Jetzt geh weiter durchs Schulhaus und dann kommt ein Schüler oder eine Schülerin auf dich zugelaufen und will was und ist vielleicht sogar laut und wütend und aggressiv. Schau mal, wie du jetzt als diese Person, als dein Vorbild reagierst. Wie gehst du auf das Kind zu? und jetzt geh mal weiter durchs Schulhaus und dann kommt dein Schulleiter oder Schulleiterin und drängelt und will ganz wichtige Dinge sofort von dir haben, obwohl du gar keine Zeit hast und das würde vielleicht normalerweise Stress in dir auslösen. Aber schau mal, wie reagierst du jetzt mit deinem Vorbild bei dir, in dir, mit dir? Was machst du anders? Und vor allen Dingen, wie fühlt sich das an? Du gehst weiter durchs Haus und jetzt siehst du, dass vielleicht ein Kind oder Jugendlicher verletzt am Boden liegt und es ist eine schwierige Situation. Wie reagierst du jetzt zusammen mit deinem Vorbild? Jetzt hast du auch diese Situation gemeistert. Spür auch da noch mal, wie sich das anfühlt. Wie fühlt sich das an, so zu reagieren, wie du es jetzt getan hast? Und zum Schluss gönnst du dir eine Pause. Wo gehst du hin? Was tust du für dich? Wie verbringst du als diese Person deine Pausenzeit? Wie bist du zu dir selbst? Was tust du für dich? Und wenn wir jetzt gleich die Übung beenden, dann kannst du dein Vorbild mitnehmen und kannst dein Vorbild immer bei dir haben. Im Unterricht, in den Pausen, überall, im Alltag. und dann kommen langsam in den Raum zurück. Und dann kommen langsam in den Raum zurück. und auch ein Schmunzeln teilweise. Ja, natürlich ganz neugierig. Vielleicht mag jemand erzählen, was passiert ist. vielleicht auch welche Person ihr genommen habt. Das ist manchmal auch ganz spannend, wenn man das von anderen hört. Das kann einen auch noch mal inspirieren. Das sieht von allen entspannt aus. Vielleicht machen wir noch mal mit Handzeichen. Ach doch, Anka möchte ich das sagen. Ja, also ich danke dir, dass du mich an meine alte Praxis erinnert hast mit dem Mantra. also Mantra-mäßig es zu nehmen. Ich bin in der Tradition von Thich Nhat Hanh, von diesem vietnamesischen Zen-Mönch. Und da habe ich auch meine Achtsamkeitspraxis angefangen. es war schön, mit dem zusammen durch die Schule zu gehen. Und ich habe gemerkt, habe ich schon lange nicht mehr gemacht, sozusagen. und ich habe gemerkt, dass ich das alles für mich gebraucht habe, dass ich immer hochgekeschert war bei jeder Begegnung, die du beschrieben hast. und ich immer, also mein Mantra ist Liebe und Verstehen verkörpern und verwirklichen. Und das hat dann immer Wunder gewirkt und das war dann wirklich für mich. Ich brauchte das wirklich erstmal alles wieder für mich. Ich brauch diese Liebe für mich und dies Verstehen für mich und mir vorzustellen, jede Zelle meines Körpers weiß das ja schon. Und dies in Erinnerung zu rufen. Und dann hat mir das so geholfen, mir vorzustellen, Thich Nhat Hanh mit seinem unglaublichen Frieden und Mitgefühl ist er einfach präsent in diesem ganzen Trubel. Ja, und jetzt habe ich das für mich wiedergefunden. Ich bin sehr dankbar. Dankeschön. Schön. Das freut mich. Ja, das Spannende an der Übung ist ja, dass ihr alle diese Eigenschaften, die ihr jetzt erlebt habt, eigentlich in euch tragt. Ja, die kommen ja gar nicht von außen, sondern die kommen von innen. Die sind alle schon da. Ja, und dieses Bild von dieser Person, die euch da sozusagen unterstützt, ist eigentlich nur ein Hilfsmittel, aber eigentlich seid ihr diejenigen, die diese Eigenschaften habt schon, nur vielleicht noch nicht so auslebt. Okay. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort. Dann übergebe ich nochmal an Nina. Vielen herzlichen Dank, Marika. Danke für deinen Input, für die wunderbaren Praxisanleitungen und dafür, wie du uns durch den Abend begleitet hast. Ich war auch eine von denen, die gelächelt hat und sich so innerlich nochmal gestärkt aufgerichtet gefühlt hat. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. und Ihnen, Ihnen, euch allen, danke fürs Dabeisein. In zwei Wochen am 7. Dezember ist die letzte Mittwochspraxis für dieses Jahr und wir haben uns was Besonderes überlegt. Es wird um das Thema Verbundenheit gehen und wir werden bestmöglich auch als Team mit unseren Teammitgliedern da sein, vor Ort sein und wollen euch an der Stelle einladen, ja, nochmal in die Stille zu gehen zum Thema Verbundenheit, in den Austausch auch zu gehen und ein bisschen an vielleicht auch Momente von Verbundenheit nochmal zu erinnern und möglicherweise sogar auch das Thema, das Gefühl, das Empfinden für Verbundenheit stärken. Also wer Zeit und Lust hat, ist da natürlich ganz herzlich eingeladen. In dem Sinne einen wunderbaren Abend euch. Ganz herzlichen Dank dir, Marika und alles Gute bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.